Liebe Bürger aus Zeitz und liebe Interessierte, wir führen Ihnen heute die Bauausschusssitzung von letzter Woche vor. Ich bitte Sie, sich diese Sendung bis zum Schluss anzusehen. Es ging in diesem Ausschuss vor allem darum, wie steht Zeitz da, was kann in Zukunft getan werden, damit es besser wird, damit wieder ein Licht am Ende des Tunnels auftaucht. Wir werden uns dieses Themas annehmen, dranbleiben, ab und zu Interviews führen und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ich möchte nicht zu viel reininterpretieren, aber ich habe das Gefühl und Gefühle sind nun mal subjektiv, dass eigentlich unsere Experten im Bauausschuss wirklich Hilfe von außen benötigen, um die anstehenden Probleme zu lösen. Ich danke Ihnen vielmals und reden Sie und erzählen Sie der Bekanntschaft weiter, wie wichtig es ist, dass wir uns alle mit dem Thema auseinandersetzen und unseren Stadträten, den Verantwortlichen auch Hilfe leisten. Danke Ihnen vielmals, Ihre Zeit zur Lupe. Die Vertreterin für Herrn Strau-Aufgall gehört, wird etwas später zuerst stoßen. Somit ist der Ausschuss beschlussfähig und wir steigen ein in die vorliegende Tagesordnung. Ja, treten wir ein in die Tagesordnung. Zunächst die Protokollkontrolle, Entscheidung, Einwilligung, Feststellung, öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Bauausschusses, gibt es zu diesem Protokoll vom 14.1. Anmerkung. Herr Rohlkopf, Beschlüsse werden festgehalten und weitere Dinge nur festgehalten, wenn vor dem Redebeitrag bitte gesagt wird, bitte um Aufnahme ins Protokoll. Wir steigen ein, Tagesordnungspunkt 5, Sachstand Stadt und Bayer Ost, vorgetragen von Herrn Williers, steht hier in der Einheit. Wenn dem so ist, bitte ich Herrn Williers um seine Informationen hierzu. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas zum Sachstand des Vorderprogramms Stadt und Bayer Ost erläutern. Ich habe Ihnen dazu auch eine schüttliche Ausreichung verteilt und möchte dazu noch einiges dann glücklich erläutern anhand der Bauordnungsposition. Zuerst zu den rechtlichen Begegnungen. Es gilt der § 171 Absatz 171a im Baugesetzbuch, der regelt die Stadt Usau im Baugesetzbuch und die Hauptziele werden genannt. Ich habe mal das, was aus meiner Sicht besonders bemerkenswert ist. Man fett markiert, man sollte im Schattenbau darauf achten, dass innerstädtische Bereiche gestärkt werden, nicht mehr bedarfsfähig bauliche Anlagen an einer Nutzung zugeführt werden. Also bevor der Abbau erfolgt, soll erst einmal an einer Nutzung zurückgekürzt werden oder an einer Nutzung nicht zufüllbaren baulichen Anlagen zurückgebaut werden. Und, was auch tatsächlich ist, innerstädtische Einbaubestände erhalten bleiben. Der Stadtumbau ist immer damit anzuwenden, wenn erhebliche städtebauliche Funktionsverlusten vorliegen, insbesondere in die Vorhine ein dauerhaftes Gewalt an baulichen Anlagen für bestimmte Nutzungen, die für Grundzweck bestätigt und verbraten sind. Dieser Hochplan wird auch die Anlage an die Zulung geeignet. Als nächstes 171b Stadtumbau-Gebietstädte 9 ist ein Entwicklungskonzept. Ja, die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die Stadtumbau-Maßnahmen durchgeführt werden sollen, durch den Beschluss ein Stadtumbau-Gebiet fest. Das ist hier Gleisform. Es ist in einem Saarbräutlichen Fangsruz festzulegen, dass sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen. Grundlage für den Beschluss der Absatz 1 ist ein von der Gemeinde auszustellen, der heute ist ein Entwicklungskonzept, dem die Maßnahmen und Ziele stattdessen schriftlich darzustellen. Das ist hier Gleisform. Ich werde das gleich vorstellen. Die restlichen Paragraphen sind bezüge auf Resalierungsrecht, das auch angewendet werden kann. Stadtumbau-Vertrag, also im Dienstabzule in anderen Maßnahmen als Verwerbung, Stadtsalierung oder Entwicklungsmaßnahmen, ist hier vorliegend auf Heiligkeit gesetzt. Also vorhin soll man sich mit Verträgen dort zu einvernehmlichen Ergebnissen kommen. Und als Beispiel sind dort die Landführung gesetzt worden, weil die Anpassung anladen in einer bestimmten Frist. Wir haben auch einen Januar-Vertrag mit allen Genossenschaften abgeschossen in Stadtsalierung. Und weitere Verträge sind auch eigentlich im klassischen Sinne die Förderverträge. Ein weiterer Rahmen präftlich bildet jährlich abzuschließende Verwaltungsvereinlagen für Städteüberfolgung. Die wird ja nicht fortgeschrieben. Von 2014 sehen Sie dort die Kamer als der Spätzustand und mit der letzten Unterschrift, weil da von der ersten Letztunterschrift der jeweiligen Bauminister der Länder und des Bundesbauministers, also vom Oktober 2014, sehen Sie, dass 105 Millionen für den Stadtenbausbau gesehen werden. Das ist relativ neu im Stadtenbau West, ein Gleichvorbetrag. Und der städtebauliche Denkmalschutz, den es jetzt auch im Westen gibt, ist mit jeweils 740 Millionen verankert, also unter den Stadtenbau. Und die soziale Stadten 150 und aktive Ortsstaatszentren 110 Millionen. Die kleinen Städte und Gemeinden trafen viel Zeit nicht zu, aber sind auch, weil die größten Rahmen sind für Städte bis maximal zehn Jahre Einwohner. Insgesamt sind also 650 Millionen in diesem Jahr vorgesehen. Sie gibt es dann nochmal auf die Länder verteilt, und zwar auch in der Vergangenheit für die Aufwertung, wie für den Rückbau vorgesehen wird. Also es gab Jahre etwa ab 2005 bis 2009, da waren bis zu 80 Prozent für den Rückbau vorgesehen, nur eine Regel in der ersten Zeit für die Aufwertung. Das ist klar, die Mittel für den Rückbau können einfacher sind zu werden für den Rückbau, den Abriss, oder dann für die Wiederherrlichung. Was interessant ist auch, vielen Dank wissen, der Rückbau von vor 1990 errichteten Gebäuden in strafparalleler Glockang, aber auch Vorderhäuser, unter anderem des abgeträngenden Gebäudes, nicht förderfähig. Vorstehen der Satz, in dem im Antrag eines des Landes keine Anwendung, wenn auf Grundlage eines parkiersbezogenen Stellenbeutekonzeptes aus Aufwertungs- und Rückbaumaßnahmen insgesamt eine weitere Verstanderhaltung geleistet wird und das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutzbaurechtesicherheit dem zustimmt. Also letztendlich der Bund behält sich bei jedem Rückbauantrag in den sogenannten Gründerbauteilen ein Zündungsvorbehalt. Der Rückbau von Rentenbehaltung ist nicht förderfähig, steht da aus drin, und der Bund feinigt sich beim Rückbau zu 35 Euro, die muss morgen ein Quadrat unterführen. Dazu gibt das Land in gleicher Höhe nochmal mit dem Hochbelust des bis zu 70 Euro in den Quadraten gefordert werden können. Wir haben dann unter diesen Parametern erstmals 2002 ein Stadt- und Bildungskonzept aufgestellt, in dem wir den Leerstand analysiert haben. Sie sehen hier, dass der Leerstand sich vorliegt an den sehr stark belasteten Innenstadtstraßen nahe, die der erhalten wie 180 konzentriert. Und dass der Leerstand im Zeitschluss zwar auch dominant ist, aber nicht so stark wie an diesen sehr laut verkehrsbelasteten Straßen. Aber Sie sehen auch, dass sich diese Leerstandskonzeptation im Zeits mit den Fördermodalitäten des Bundes, wie es gerade aus der Verwaltungseinbarung vorlesen haben und Ihnen gezeigt haben, weil es niemand erspricht. Sie sehen hier nochmal so als Vorgabe das ist halt unsere Einwohnerkommose und die Einwohnerentwicklung. Tatsächliche Einwohnerentwicklung ist diese. Wir sind jetzt etwa bei 19.000. Bei der Statistikspurt sich in der Saar 2010 die Eingemeinde war. Da ist da kein Einwohnerzuwachs, sondern da wurden einfach die zubekommenden Gemeinden und Ortsteile, zum Beispiel Kreisen und so weiter, zugezählt. Fettmark hier nochmal der größte und der niedrigste Stand. Wir haben im Ergebnis Zeits in drei Fördergebiete aufgeteilt. Das eine ist ein Jungsgebiet. Das ist dann ein Thema, nochmal eine andere Vorlage an einem Tatsorgenspunkt. Wir haben Zeits-Oss als Schwerpunktgebiet für den Rückkauf vorgesehen. Und wir haben das Gründerzeichen von hier für die Aufwertung. Die Konzepte zeige ich gleich nochmal, aber die kann man in diese PowerPoint-Station nicht so leicht einfügen. Sie sehen auch welche Ausrückungen das zum Beispiel eigentlich den Nutzungsplanen hat. Wir haben hier den alten Nutzungsplan nach Zeits-Ost. Sie haben Reitsteinstraßen noch als Wohngebiet dargestellt. Jetzt wollen wir nach dem beschlossenen Stadt- und Bildungskonzept nur noch der Teil, der an verkehrsflüssig gelegenen Straßen ist, für Wohnungen vorsehen. Hier gibt es nochmal das Stadt- und Bildungskonzept mit einigen Zielen. Also Stärkung der Innenstadt, Vorhangsaufwertung von der Miet 1, dem Grunderzentrat hier und der Rückbau konzentriert im Bereich von Tret-Ost. Hier sind dann auch immer Forderungen aus dem Stadt- und Bildungskonzept von Nuro-Weber für den Verkehr. Da hat ja dann auch das Akzept- und Bildungskonzept gegeben, das auch Gegenstand der Forderungen ist. Beispielsweise im Bereich des Gründerzer-Straßen, Südzer-Straßen. Hier nochmal die Bewertung der Fördergebiete. Ich überfliege das mal. Was haben wir praktisch erreicht mit dem Einsatz Stadt-Umbaus und dem Einsatz von Fördermüttern aus dem Programm Stadt-Umbaus? Wir haben insgesamt 1.840 Wohnungen abgerissen. Ohne Fördermittel 210 Wohnungen. Rückgebaute Wohnungen sind 1.621. Im Fördergebiet 1 von dem sogenannten Unterzeitquartier sind 128 Wohnungen zurückgebaut. Im Fördergebiet 2, also Salz-Ost, 1930 und in dem neuen Fördergebiet der Unterstadt 161. Was sagen wir zu dieser Zahl? Der Schwerpunkt findet und fand weiterhin in Salz-Ost statt. Es sind aber trotzdem auch einige Wohnungen im Einbaubereich abgerissen worden, aber es macht nicht die große Masse aus. Was aber doch zumindest zu unterschätzen ist für das relativ neue Fördergebiet 4, das ist ja etwa 4 Jahre hinter dem neuen Teil zurückkommen. Das ist die Unterstadt oder der Elster-Volkartbereich, dass da in der letzten große Zeit schon noch einige Wohnungen abgerissen worden sind. Insgesamt sind in diesem Fördergebiet 1 für die Aufwertung doch 6 Millionen ausgegeben worden. Das Teil sind nach der 2. Dritte und 1. Dritte Regelung für Bund, Land, die was 4 Millionen etwa und eigentlich der Stadt Zeitz auch fast 2 Millionen in den Nutzergebiet finanziert werden. Hier will ich das anhand von einem Beispiel die ganze Erweiterung von dem WD bekommen haben, wo diese Fördermittel zum Einsatz kamen aus dem WD-Aufwertung. Zum Unterricht in Burgstraße 1 bis 3, vorher und nachher. Hier nochmal an der Schillerstraße 20. Hier sehen Sie nochmal für den Bereich Grundbau. Da ist ja kein Einabteil der Stadt erforderlich. Das wird, wie ich schon vorgesen habe, die jeweils 35 Euro die Kontrakte in der Wohnungsbau- und Wohnfläche aus Grund und Land finanziert. Wurden auch hier gut 4 Millionen investiert für den Abbruch von Wohnungen. Dieser Tausungsbau oder Wohnungsbau ist nicht einfach ein Teil davon. Und wie das im Stadtbild liegt, wenn der Rückbau stärkenmäßig gestanden soll, sehen Sie hier als Beispiel. Im Bereich Zertrost. Hier haben Wohnungen gestanden. Hier war ein Block, hier war ein Block. Aber man kann da schon sehr gut sehen, dass diese 1.300 Wohnungen, die befördert in den Stadtbildungsbord sind, doch stärkenmäßig aus und aus nach innen sich im Urbau entwickelt haben. Und damit versucht worden ist dieses Prinzip, das so wie es nun nie geschlossen ist, der Entwicklung auch konsequiert durchzuführen. Wie wird der Stadtumbau vor Ort gefunden? Das ist mal ein Leserbrief, den ich aus der MZ gefunden habe. Aber aus anfänglichen Skepsis war eigentlich doch mittlerweile, ja, eine Akzeptanz bis hin zu einer pulverenden Zufriedenheit gerichtet. Also ich kann Ihnen da auch ein Leserbrief zeigen. Aus der Anfangszeit sah das alles ganz anders aus. Dann, ja, nochmal zum Abschluss und jetzt weiter. Wir werden versuchen, den Stadtumbau weiterzuentwickeln nach dem von Ihnen 2010 fortgeschriebenen Stadtentwicklungskonzept. Aber es zeigt sich immer mehr, dass es schwieriger wird, die Einanteile für die Aufwertung bereitzustellen. Wir wollen auch verstärken, dass wir bisher an der Stadtumbau stärkenmäßig für die von der Einzelhilferichtung betroffen werden. Das war aber auch für die BDV verwendet worden. Wir wollen auch bei der Aufwertung versuchen, in Verbindung mit eines der Privaten stärker zu unterstützen. Das ist uns jetzt anfänglich auch gelungen. Aber wie gesagt, auch für die Maßnahmen der Privaten und der BDV ist es erforderlich, zu einem Drittel die Einmittel bereitzustellen. Und das wird zunehmend schwieriger. Aber das ist sehr wichtig, denn der Leerstand ist märklich zurückgegangen. Es ist nicht so, dass wir sagen können, nach zehn oder zwölf Jahren Schaffung, dass der Leerstand weg ist. Aber wir müssen auch den Anhand der Bevölkerungspropose, dass der Leerstand ohne den Schattenbau ständig zu geben werden wird. Und auch zunimmt. Ja, wir wollen, das ist auch eine Initiative des Bundes- und Bundesbauministerium, insbesondere mit der Bauministerung von uns der Länder, einen Tag der Schattenbauform veranstaltet vom 9. Mai rein. Und wir können zu Sachen wie die Stadtentwicklung und die Stadtanierung vertreten bleiben, die Begebe vertreten bleiben. Und auch einige Private werden die Häuser dann dort öffnen und vorstellen. Und wir können uns freuen, dass Sie da auch zukommen und uns im Schattenbau weiter unterstützen. Ich habe Ihnen nochmal eine Unterlage ausgereicht, also sämtliche Einzelmaßnahmen, jeweils nach Fördergebieten und nach dem Programm Teilaufwert und Rückbau aufgegliedert, einzeln aufgezählt. Und wenn Sie Fragen dazu haben, oder zum Beispiel im Vortrag, dann bitte ich ein ganzes Gefühl. Ansonsten, danke. Vielen Dank, Herr Beliers. Ja, Herr Beliers hat es schon gesagt. Fragen, Beiträge zu diesem Thema von Herrn Beliers in diesem Tagesordnungspunkt, dann bitte ich jetzt um Ihre Meinung zu äußern oder Fragen. Dann will ich mir eine Frage anschließen. Sie hatten ja sehr detailliert aufgezeigt, wo welche Rückbauten stattgefunden haben. Sie haben auch zwischendurch erwähnt, dass im Stadtentwicklungskonzept wir Ziele und andere Dinge festgelegt haben, die passieren sollen. Was mir fehlt, oder es wäre meine Frage, wie ist denn die festgelegten oder aufgrund dem Rückgang der Einwohnerzahlen von Zeitz daraus resultierenden Rückbau, der eigentlich notwendig ist, um im Verhältnis zu bleiben? Wie ist denn das Verhältnis? Haben wir diesen Rückbau aus dem Stadtentwicklungskonzept? Sind wir da auf dem richtigen Weg, also erreicht? Oder liegen wir noch drunter? Oder wo sind insbesondere die Schwerpunkte, wo wir nochmal über Dinge nachdenken müssen, wie wir das beschleunigen oder überhaupt weiter umsetzen? Ja, die Frage ist einmal nach den Zahlen der Wohneinheiten und der Förderformen. Wenn es nach den Wohneinheiten geht, da ist ein Stadtentwicklungskonzept im 1. im Sinne von 2.000 Wohnungen, die Rücksbaum sind genannt. Das haben wir definitiv nicht erreicht. Und der Fortschreitung wird dann insgesamt mit dem Reiz abgerissen, von 4.000 geredet. Es ist dann noch unterschieden nach dem Positiv-, Mittel- und Robot- oder Negativ-Szenario. Aber da kann man die Zahlen nehmen, wie man will, hierhin gehen hinterher. Aber wir haben mit einigen Rahmenbedingungen zu tun, die wir uns selber nicht ausgesucht haben und die wir auch nicht beeinflussen können. Eine ist zum Beispiel die vorhandene sogenannte HMW-Bauweise, also HMW-Bauweise, die nur sehr schwer unsere Feuerkreise ist. Ein Beispiel, es gibt Zahlen von etwa 30 Euro rückzubauender Wohnfläche bei den Kompensenden in den Plattenlauten pro Quadratmeter. Sachsen hat das so gemacht, wir haben über die Pauschalfördung lange Jahre gemacht. Das ist von der Aufrichterhaltung, wir müssen dann klären, wir haben das Prüfungsentakt, wir haben sehr ganz viel Wissen gegeben. Aber wir können praktisch über die Pauschalfördung sich noch zurückfinanzieren. In Sachsen-Anhalt ist das, wie ich persönlich auch meine, der richtiger, der nachgegebenen Kosten tut. Aber ich denke, Herr Hübsgeberg kann es noch besitzen, bei vielen Beispielen, wo hier abgerissen werden musste, und die Fördermittel auch mit 60 Euro ausgereicht worden sind, ist das Bundesbauunternehmen, die wir gegeben haben, sicher auch noch nicht hingekommen. Ja, also wir reißen sehr teuer ab. Sie sieht aber nicht da an, dass wir uns da nur zuhörige Daten erlauben, sondern sie sind notwendig, gerade auch mit dem hohen Anteil an Asbesten, weil wir kostenlos nicht abtreißen. Aber wenn wir das mal vergleichen mit den Arbeitskosten aus dem Altbaubereich, wo wir dann noch die Brandanbilde der geschütztenfalls verfallenden Nachbarhäuser benutzen müssen, kommen wir ja auch nicht auf die niedrigere Abortosten für 200 Gradmeter. Das erklärt zum einen, dass wir diese Anzahl nicht erreicht haben. Ein weiterer Grund ist aber ein, finde ich persönlich, recht leicht erklärbarer. Sie können ja nur ganz auf der Saat reißen. Und der Schwerpunkt des Abtests ist nun mal, z.B. einmal weil es beschlossen ist, weil nach der Schwerpunkt der Rückbauung sich am ehesten durchführen lässt, und weil er eben den Förderkriterien des Bundes am ehesten entspricht. Aber wir sind davon letztendlich als der Jünger des beim Landbeantrag bewilligen, was uns auch von den Eigentümern an Förderanträgen für bereichert. Also wir werden uns häufig tun, jemanden zu verdonnern, zu sagen, und reißen mal den Förderkriterien ein, das kommt auf der Geule. Die bitte haben wir nicht. Ich habe das eingeblendet aus dem Baurecht, dass Einzelnehmung verfolgen soll, sodass die Verträge hinfließen. Und wir schließen nur Verträge ab, bei denjenigen, die uns anzuprobieren. Und da einfach zum Teil auch nicht mehr anzuprobieren. Herr Immisch möchte kurz dazu. Ein wesentlicher Grund auch, dass die Rückfallzahlen nicht erreicht wurden, und das muss man einfach ganz ehrlich hier feststellen, ist, dass die Genossenschaften an diesem Prozess, Herr Wilder sagte ja vorhin von der Freiwilligkeit, dass wir damit aktiv nicht daran teilnehmen. Das ist also auch unser Stadtentwicklungskonzept. Das können die älteren Stadträte, also nicht an die anderen Dienstzeit, können das nachvollziehen, dass die Fortschreitung des Stadtentwicklungskonzeptes hat aus welchen Gründen aber recht spät stattgefunden. Und da haben also einen Großteil der Genossenschaften in ihre Wohnungen in den Bausubstanz investiert. Der Auslastungsgrad ist sehr hoch, die Kredite laufen teilweise noch, und deswegen nehmen die Genossenschaften eigentlich in dem Gebiet überhaupt nicht an diesem Prozess teil. Und das ist natürlich, unsere Wohnungsgesellschaft, Baugesellschaft ist ja nur ein Teil der Vermieter in dem Rückbaugebiet. Das muss man auch mal so sehen. Herr Wilders erwähnt, die städtebäuerlichen Verträge, die allerdings nur beinhalten, dass die nicht weiter in diesen Rückbaugebieten investieren dürfen, also nicht noch mehr Aufwerten dürfen, den Fahrstil anbauen oder was weiß ich. Aber erzwingen kann man den Rückbaugebiet nicht. Ja, wir müssen natürlich diskutieren. Frau Schwedern sich gemeldet, Herr Weißbruch. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen. Eingwohnerzahlen ein Spiel geben. Das war natürlich der Gesamtstadt. Ich habe dankbar der Weiß in dem Fall auch die Detail-Eingwohnerzahlen. Wir haben also seit der Allgemeinung, da stehe jetzt 2009 bis heute in der Kernstadt-Zeit 1.800 Euro. Dabei muss man auch bedenken, das sind ja nicht gleich herstelle Wohnungen, sondern im Zweifel eben da sind Einzelpersonen sozusagen noch in Wohnungen. Und ich denke, man muss auch sehen, wir haben noch die Altschulen auf vielen Gebäuden. Das ist ein Unternehmen, da will ich keinen Schutz nehmen. Auch immer nur wirtschaftliche Situationen. Die Frage des Rückbaus der einen oder anderen Seite wird sich im Zeitsnamen wie vor stellen. Und wie schnell das geht, da muss man immer im Gespräch bleiben. Davon gehe ich raus, was das auch hier ist. Und das wünschen wir uns, dass das so bleibt. Und die weite Fortsteigung in dieser Maßnahme in dieser Hinsicht wird sich ja spätestens an dem, was wir dann ja auch erwarten, nämlich dem Bau in welchen Grillegebieten, einen Aufschlüssel. Ich freue mich jetzt nochmal auf die Frage, da eigentlich nur wird dann gleich Wohnungsrückbau. Also das kann man ja nicht gleich zu eins. Vielen Dank. Ich habe das richtig verstanden, dass wir von 2002 bis 2014 ungefähr 700 Wohnungsrückbau haben. Gemäß unserem Mittelszenario oder so müssten wir insgesamt 4.000 Wohnungsrückbau. 15 Prozent. Es weiß jetzt nicht jeder, dass wir Hauptakteur beim Wohnungsrückbau der BWK waren. Und es weiß, denke ich, wie es auffiel, dass diese Altschuldeintlastung abgeschlossen ist. Also wirkt man durch die Bestrebung abzuweisende weniger Werte. Es ist ja schon massiv erfüllt. Die Genussungschancenverhandlung ist jetzt gerade veranlasst, und wir wollen heute noch relativ gute Vermietungszahlen haben. Was mich eigentlich interessiert, dass das unheimlich schwierig ist, dass wir viele Tätigkeiten haben, aber wie wollen wir versuchen, wenigstens ansatzweise unser geschlossen statt Entwicklungskonzept, zu verfolgen? Das betrifft einmal die Rückbauzeitröste, das Sie schon haben, wie vorwichtig ist. Aber was passiert denn mit den ganzen Wohnungen, die in der Wohnstadt haben? Es wird doch keiner annehmen, dass wir die ganze Arbeitsplügelstraße, die Mittelstraße, teilweise die Hospitalstraße, dass wir diese ganzen Häuser nutzen können. Ich denke, das wird nicht passieren. Und wie wollen wir mit dieser Situation umgehen? Da gibt es ja keine Frage. Wie versuchen wir uns vor Ort freizustellen? Wenn wir auf Feuerstrafe umkommen sind, 5, 6, 7, 8 Euro, die in Wien sind, wie versuchen wir irgendwann mit der Situation umzugehen? Ich würde erstmal Herrn Otto antworten. Ja, genau die richtige Frage. Denn die Rahmenbedingungen, wie Sie schon gesagt haben, zumindest einige, haben sich in den letzten Jahren tatsächlich auch geändert. Und sie sind nicht günstiger geworden als in der Zeit davor. In der Zeit, in der das erste Stadtentwicklungskonzept wirken sollte und in der kurzen Zeit nach unserer ersten Fortschreibung. Ja, wir haben mehrere Akteure am Markt, die dieses Stadtentwicklungskonzept ausfüllen müssen und ausfüllen sollen. Die wichtigsten Akteure, die bisher diese Funktion aktiv ausgeübt haben, sind die Stadt und die WBG. Es gibt aber auch jetzt schon andere Akteure, die dort mitgemacht haben. Unsere Aufgabe in den nächsten Jahren wird es in der Tat sein, einerseits, und wir tun das mehrfach im Jahr, mit den Akteuren, auch mit denen, die ich nicht nannte jetzt gerade, im Gespräch zu bleiben und an verschiedenen einzelnen Stellen zu versuchen, dort etwas zu bewegen. Ich möchte etwas sagen, zunächst einmal zu der ambitionierten Zahl, 4.000 Mittelszenario. Die Zahl ist in der Tat, wie dieses Konzept, ambitioniert. Ambitioniert heißt, wir haben uns dort die Ziele nicht niedrigst gesteckt, weil sie leicht erreichbar sind. Das haben wir nicht getan. Sondern wir haben die Ziele dort sehr hoch gehängt. Aus mehreren Gründen. Nur das müssen wir auch wissen, wenn wir uns diese Ziele im Stadtentwicklungskonzept anschauen. Die Hälfte des Weges ist knapp geschafft, wenn man dieses Ziel entsprechend des Mittelszenarios jetzt ansetzt. Der weitere Weg wird aus meiner Sicht sicherlich langsamer vonstatten gehen, weil alles, was jetzt noch an Wohnraum zum Abriss kommen soll und kommen muss, wird nicht in dieser Aktivität mit Unterstützung auch noch von Rückzahlung von Altschulden möglich sein, sondern es werden jetzt die bekannten Anreize, nämlich die Förderanreize sein. Zum anderen natürlich auch Anreize für Eigentümer, die aktiv Probleme mit der Vermietung haben. Und zum dritten natürlich, und das will ich nicht verhehlen, wenn wir über Gebäude sprechen, die wir alle in unserer schönen Stadt sehen, die unbewohnt sind und zusätzlich bereits starke Verfallerscheinungen haben. Bei diesen Gebäuden ist es so, gehen wir ja ganz aktiv vor bereits. Und da sind wir in der Stadt mit mehreren Fachbereichen und mit den, wenn vorhanden, Eigentümern im stetigen Kontakt. Kontakt heißt ja auch, dass von Freiwilligkeit bis zu Zwangslasnahmen das ganze Prozedere ausgeschöpft wird. Wir haben, und Sie wissen das, auch aktuell wieder mehrere Häuser, vor denen Zäune stehen, Absperrzäune. Das sind unsere aktuellen Aufgaben, vor denen wir stehen. Da befinden sich einige in der Schützenstraße, aber auch darüber hinaus. Ich will damit sagen, dieses Konzept ist eine wichtige Grundlage nach wie vor, aber ohne die Beteiligung vieler verschiedener, auch privater Akteure, ist dieses Konzept, so wie es im Mittelszenario vorgesehen ist, mit diesen Zahlen natürlich nicht erreichbar. Das heißt, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass unsere Ansprache, und dazu dient sicherlich auch der Tag, den vorhin Herr Beliers nannte, der 9. Mai und andere Aktivitäten der Stadt, dass unsere Ansprache noch mehr zu den Akteuren kommt und vor allen Dingen, dass wir unsere notwendigen und zwingenden Abbrüche auch zu kostenkünstigen Konditionen hinbekommen. Das ist also ein Konglomerat an Rahmenbedingungen und ich weiß, dass der jetzige Stadtrat, aber auch der Stadtrat davor, der die Fortschreibung des Konzeptes begleitet und beschlossen hat, sich dieser Situation stark angenommen hat. Und ich kann Ihnen eins sagen, das Thema Abrisse, Wohnungsabrisse, aber auch Abrisse im Industriebereich ist täglich bei uns präsent. Wir hatten gerade heute wieder eine Beratung, wo wir zu verschiedenen solcher Gebäude entsprechend Festlegungen getroffen haben, betrifft in der Regel Privatgebäude, deswegen ich jetzt im öffentlichen Teil darüber nicht konkret sprechen kann. Und ich hoffe sehr und ich denke mal, das ist auch eine Einladung, die Sie ja quasi ausgesprochen haben, dass wir dieses Thema auch noch mehr gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen. Dass wir als Stadt sehr aktiv jedem beiseite stehen mit Hilfe und mit Geld, der selber ein solcher Abrissprojekt gestalten möchte. Da sind wir immer dabei, neben den eigenen Aktivitäten. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Otto. Ich will das nur ergänzen, Herr Weißbrot. Wir denken, um die Worte von Herrn Otto zu ergänzen, sind wir hier ein bisschen im politischen Raum. Die Verwaltung tut das Notwendige und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bestimmt auch das Beste. Wenn wir aber hier sozusagen mitbekommen, dass an der einen oder anderen Ecke erstmal ein bisschen hakt, wovon wir von außen eigentlich Hilfe benötigen, also ich blicke da jetzt etwas weiter nördlich in unsere Landeshauptstadt oder noch weiter nördlich in die Bundeshauptstadt, wo wir ja nun teilweise abhängig sind. Wir bewegen uns halt insbesondere in Salz Ost in so einem Dilemma, finde ich. Einerseits stellen wir fest, dass Salz Ost ein relativ intaktes Stadtgebiet ist. Wir haben dort alle Versorgungseinrichtungen und die Menschen, die in Salz Ost wohnen, fühlen sich ja auch wohl. Das ist auch richtig so und für den ersten Eindruck auch nachvollziehbar, dass sich Leute in ihrem Stadtgebiet wohlfühlen. Und auf der anderen Seite wissen wir aufgrund des Stadtentwicklungskonzepts, dass wir aber trotzdem in diesem Bereich den Rückbau ja weiter forcieren müssen. Wir wollen nicht Salz Ost abreißen, sondern wir wollen von den Rändern her mehr in die Mitte wachsen. Aber dieses Dilemma sollten wir halt im politischen Raum ein bisschen mehr bearbeiten und vielleicht die Genossenschaften, die ja schon erwähnt wurden, dazu gewinnen, würde ich mal sagen, nicht unter Druck setzen, sondern möglichst gewinnen, hier mitzumachen. Das sehe ich als Aufgabe des Ausschusses, aber auch des gesamten politischen Raumes. Und deutlich ist mir noch mal zu sagen als letzter Satz, dass die Stadtzeit relativ wenig Eigentum hat an Häusern und natürlich immer nur im Rahmen von Ordnungsmaßnahmen eingreifen kann, wenn was schief läuft. Wir müssen die Eigentümer gewinnen und möglichst alle hier an einen Tisch und an einen Boot holen. Ich freue mich, dass der Stadt dran ist. Ja, es ist auch schön, wenn wir uns mal informiert werden, was da konkret passiert. Das ist das große Dilemma zwischen Salz Ostern und drei große Akteure. Wenn sie ein Problem haben mit Lehrstern, dann werden sie das irgendwann regeln, wenn sie zu vieles der Reise umdurch haben. Ich denke, das ist nicht nur ein Dilemma. Das Dilemma ist das, was in unserem Gründungszentrum passiert. Wenn wir eine soziale Freilichkeit kommen können, und wenn wir auch nicht bei vielen eigenen Häusern und Kinder können das auch, wenn man helfen kann, dann stehen wir vor dem Problem, dass die Häuser und Verstärkung haben. Da hat sich seit vielen Jahren nichts passiert. In jedem Fall natürlich, dass es in irgendeinen Straßen vor einiges Jahr passiert ist, so ein Ding auf die Straße ging. Das ist ja schon passiert. Die Freilichratstrafe, wir laufen hinterher, das ist ganz klar. Aber irgendwie müssen wir versuchen, an die eigene Hand zu gehen, vielleicht anzusprechen, die Vorbildungsvorschung als aktiv zu gestalten. Ich hoffe, dass wir eigentlich vorkommen sind. Es wird als Hauptfläche, es sind ja viele Bürger in anderen Ländern und so weiter vermittelt. Aber ich denke, wir müssen uns diesen Problem aktiv stellen. Diese Häuser werden nicht mehr saniert. Die Leute, die ich gehört, die sind irgendwo anders, die selbst auch öffentlich und öffentlich zusammenfällt. Und für mich ist das ein Beispiel, wie es jetzt in der Schützensstraße ist, das ist für mich ein Schaden von uns zu schaffen. Es sieht an anderen Stellen gut nicht anders aus, aber mit diesen Säulen. Das fängt vorne bei der ehemaligen Wand an, geht nur die anderen mal so weiter, wenn man dann passt und vom Land kommt, da denken wir uns kurz nach. Das ist doch so viel, das ist auch viele Probleme für mich, das weiß ich. Aber wenn wir uns nicht an dem Problem etwas aktiver werden, vielleicht wird es ja auch gemacht, weiß ich nicht. Dann zieht es eine andere Straßarbeit genau so öffnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mal dabei auch zu dem Schaden schauen wollen. Ich weiß, dass das ein unheimlich schwieriges Thema hat. Wir haben ja einen schönen Kopf drüber diskutiert. Aber wir müssen hier für mich allein an die Eigentümer angehen, mit den Sprechungen für den Maßnahmen aufzeigen und vielleicht versuchen das dann da zu sein. Ansonsten schon alleine das ja nichts. Ja, bitte. Ja, das kann ich gute Nachricht geben. Also die erste Genossenschaft hat auch einen Antrag bestellt, auf Abbruch und Zeitlos. Und wir haben diesen Antrag auch weitergeleitet. Und wir hoffen, und ich bin guter Hoffnung, dass wir den auch wirklich geben. So zumindest nach dem Vorgespräch und den Verredeten des Zuständigen im Hauptministerium. zu dem Thema August-Gebelstraße. Also wenn Sie lang gehen, werden Sie sehen, dass dort gegenwärtig zwei Häuser in Stand gesetzt worden sind und eins erhält wird. Also nicht so, dass jetzt die August-Gebelstraße in Richtung Land fällt. Bei dem einen Haus, das ist sehr interessant, und vor etwa drei Jahren hat der Bund auch gesagt, nachher das Problem ist, weil die Häuser mehr abgerissen werden, weil da keine Eingriffen zu finanzieren sind. Und das zudem auch die Eingriffen. Das hat einmal etwas dazu geführt, dass die Vorderrichtlinie in den Abriss, der verschärft worden ist. Das ist fast gar nicht möglich, das Eingriffen von einem Land zu leisten. Aber er hat dann gesagt, wie die Deutschland in der gleichen Kondition, wie die Abriss ist, solche Häuser zu sichern. Und wenn Sie gucken, genau, das ist Gebelsstraße, etwa eine Höhe, ich glaube, das ist der, ich habe es jetzt nicht gekauft, Hospitalstraße, ein Grüneshaus, da kamen auch mal die Eingriffen, das Nachbarnungsstück und fragte, kann man das nicht abbreiten? Ich habe gesagt, nein, das geht nicht, das ist denkbar. Das ist jetzt erkennbar mit den Mitteln der Sicherung gesichert worden. Aber in der Umgebung geschehen wird demnächst auch ein Haus, von dem wir in Stand gesetzt werden, und wir sind mit weiterem im Gespräch. Es ist allerdings auch so, Sie haben es ja selbst angekommen in dem Vortrag, dass viele Eigentümer nicht auf die eigenen Mittel haben, um die Fördermittel, die sie finden könnten, gegenzufinanzieren. Was bei der Modernisierung und Instandsetzung immer erfordert ist. Ja, und das ist zudem auch ein Problem. Dafür haben wir uns weiterhelfen, ich möchte Ihnen auch noch mal. Ja, also Herr Berniers, ich kenne auch Eigentümer, die würden uns sehr, sehr gerne abbrechen, wiegen, leider, als Grüneszeit wirklich, liebe den Herren, weil sie unter vollkommen rechtes Lüttrück zu keiner Sanierung mehr kommen. Die haben die Hoffnung insgesamt aufgegeben, dass sie jetzt hier noch wiederfällig werden. Also die Häuser werden weder gesichert, noch wird es dann irgendwie weitergehen. Ich sage, überhaupt keine Lösung für solche Fälle. Ich gebe Ihnen da uneigentlich recht. Ich sehe Häuser, und sei es in ganzen Straßenseilen, wo es wenigstrasse, schier unvermiedbar ist. Ich glaube nicht. Da hat es doch großartig, dass es geschieht. Was können wir diesen Eigentümer ändern? Abbrechen dürfen Sie nichts annehmen. Wenn Sie nicht wiederfinden, das ist doch wie ein Hans-Demann. Ja, ich habe gerade ein Hans-Demann gegeben, die Möglichkeit der Sicherung. Für was sichern wir da? Für später. Ja, wenn ich eingreifen habe, wir wollen ja gerne, ich meine das ist natürlich auch mit einem positiven Ansatz verbunden, oder mit einer Vision, wo man sagt, jawohl, da wollen wir hin ins Heils. Das ist natürlich aufgrund der Tatsache, die wir jetzt jeden Tag erleben und sehen, nicht immer leicht nachvollziehbar. Aber wenn wir nicht alle Kraft hinwenden, erstens zu sagen, unser Herz liegt in der Mitte, und wir müssen leider den Rand zurückbauen, damit wir in die Mitte kommen, und in diesen Rändern zurückbauen, damit in der Mitte mehr Leben da ist. Dazu gehört natürlich auch, dass diverse Straßen, Bundesstraßen oder schwerer Lkw-Verkehr nicht mehr durch die August-Belbe-Straße fährt, oder durch andere Straßen können wir aufzählen, damit dort die Lebensqualität erhöht wird. Und das wird auch, wenn wir positiv rangehen, in der August-Belbe-Straße möglich sein, oder in der Hospitalstraße. Wir müssen generell für die Stadtgebiete, egal ob es Gründerzeit ist, ob es die Elstervorstadt ist, diese Lebensqualität, die wir noch in unseren Randstadtgebieten vorfinden, diese Lebensqualität, also ich möchte gern etwas grün, ich möchte gern mein Auto in unmittelbarer Nähe meiner Wohnung abstellen, ich möchte ich zumindest einen Spielplatz in der Nähe haben, jemand anders, der vielleicht älter ist, möchte andere Dinge in der Nähe haben. Diese Lebensqualität müssen wir halt in diesen hier aufgezeigten Förderbereichen herstellen, im Gründerzeitbereich in der Innenstadt und auch in der Elstervorstadt, damit die Lebensqualität steigt, und deshalb der Mieter in dem Fall in diese Gebiete zieht. Und perspektivisch, nicht heute und morgen, aber in einem Zeitraum X, den können wir gerne diskutieren, müssen von allen Rändern her die Stadtzeits zurückgebaut werden, aus meiner Sicht. Und wir müssen alle in allen Stadtgebieten erreichen, dass wir die Vor- und Nachteile erstmal darlegen und möglichst versuchen, die Nachteile abzubauen. Wir haben ja X Diskussionen, dass in der Innenstadt z.B. der Faktor Grün ein bisschen unter bewertet ist. Wir haben heute nicht, aber im Hauptausschuss die Vorlage zum Goethe-Park. Das sind ja alles so Faktoren, wo wir eigentlich unsere Lebensqualität in Zeits erhöhen müssen, damit der ein oder andere sagt, ich komme nach Zeits. Erst war Herr Hörig dran, dann Herr Weisbrot. Fazit. Nennen wir es. Wir sind so kurz vor dem Untergang wie die Gedanken. Wir sind in Eisberg nicht. Wir wissen aber auch, dass die Einwohnerzahlen der Stadtzeitswahl verkördenläufig sind. Wir haben sehr viele private Investoren, zum Teil aus der Bundesrepublik nach Zeits, die an Millionen Euro investiert haben, die Häuser besitzen, die also während der Rediker einen großen Leerstand aufweisen. Wir stehen aber auch vor der Frage, wie im Fall Brühl, warum wir doch so fort und ziehen damit wohl lieber aus dem Stadtteil in einem anderen Stadtteil. Diese ganzen Probleme gibt es hier erst mal insgesamt zu erfassen. Es wäre also gut, wenn wir an den Beispielen von der Blurlein dort mal eine Laufzeitung machen. Und das könnte ich mir also vorstellen, das was Herr Hörig sagte, die Arbeit mit den Stadtentwicklungskonzept wo stehen wir, haben wir das aktualisiert, haben wir das gemacht. Stellen Sie sich mal so, wir sitzen nach zehn Jahren, das ist dann hier, wahrscheinlich ein bisschen Müll, reicht es nicht. Und wir werden dann in unserer Ahlers-Begelsstraße gebracht. Weitere Steckzug, leeren Wohnungen, Menschen, die Kredite bezahlen müssen, weil sie guten Zahlen nach Zeits zu bekommen sind. Das ist eine Weitere, ein Sehwald-Effekt, den wir noch gestoppten können. Die Schützenstraße, aber das ist vollkommen, ich bekomme uns das Traum, von welcher Seite ist hier los, da hat diese Schleusen passiert. Und von Schützenstraße, das ist eine Weitere, das Gebelsstraße, von der Männlichkeit. Das ist Ausdruck der Arbeit, auch uns das Stadtteil, das muss ich dann gerade sagen. Und das geht, das sagt, und das ist die Kontakte. Und ich muss einfach sagen, der Hans hat versucht, dass wir auch hören um die Entwicklung dieser Zeits. Und das ist, ich meine, ich will hier auf die Schreckung, ich höre auf die Entwicklung unserer Wohnungsnachgesellschaft. Wir haben ja so viel Geld, und es ist Arbeit in so seinen Daten nicht ab, dass sie heute sagen, klar, wenn Zeits uns die Gelegenheit gibt, für uns die Geldbehaltung zu gehen, vor die Steuerung, dann wenden wir uns vielleicht eine andere Stadt, in Bayern dort. Das sind alles Gedanken, die es hier zu beachten gibt. Für mich ist die Frage, wie gehen wir mit dem Kulturgut, das Herr Platter, Ministerpräsident hat gesagt, Kulturgut-Stadtzentrum. Das ist eine Kulturgut, die stand so in den Kulissen, die hat fast niemand. Das ist alles wunderbar, und da haben alle wieder damit gehört worden, der BBG auf die Wahlen und eine große Leistung vorgebracht. Aber ich bin hier auf dem WDR einer einzigen Person in der Kamensprache begegnet. Und ich habe dort eine einzige Geschäftsfrau, das ist dieses Geschäft für Haushaltsfrau, habe ich begegnet und begrüßt. Alles andere ist da drin. Wissen Sie, das klingt so friedlich, alles über den Kulturgut, das klingt unterbar, Sie sagen, dass das richtig ist. Aber insgesamt, meine Damen und Herren, wissen wir was nachher. Und das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wenn ihr uns gesagt habt, meine Damen und Herren, ja das Gesetz, na verdammt nochmal, dann müssen wir das Gesetz ändern. Dann müssen wir, wo wir den Meistern mal in der Hand verursachen, von dort meiner Rede halt, im Landtag. Es kann auch nicht wahr sein, dass wir das als dort gewählt hinnehmen. Die Unternehmer, vor allem die Gewaltunternehmen, wir haben die Rente gehabt und wir haben die Gewalt eingesetzt. Die Bauunterstützung, die Bauunterstützung, in dem Fall, das was hier ein Kollege gesagt hat, über 10 Minuten, dass sich dort dort mal Geld investiert, oder wenn der kein Geld hat, die Voraussetzungen zu erfüllen, um Vorbereitung zu bekommen. Dann müssen wir da einspringen. Es geht um die Rettung unserer Städte. Es geht um die Lebensqualität der Menschen. Und es geht auch darum, dass wir Menschen da herrassen. Und ich will jetzt nicht auf meine persönlichen Probleme eingehen, die ich nicht beworfen habe. Wenn ich noch sechs Jahre mit dem Preisschritt und mit einer roten Kämpfung schwoppen soll, das fällt nach 5,5, Leipzig. Ich hab's ja sicher nicht. Ja, ich hab's schon gebrannt, weil ja, nicht so viele Familien, die es gleich rum sind und alle haben ja auch das Gleiche rechnen dürfen, das auch gesagt. Ja, das muss ich sagen. Aber, das muss ich nicht sagen. Die können wir das dann nicht bereichen, dann wird kurz zu lang und dann geht es zurück. Ja, wir können nur das ins Protokoll aufnehmen, was Sie gesagt haben und ich kann ja nicht jeder Zettel verteilen. Sie können gerne eine E-Mail an Ihre befreundeten Stadträte versenden, wo das drinsteht. Da hab ich kein Problem. Aber zum Protokoll geht das nicht. Wenn die Verwaltung was ausreicht für alle Stadträte ist das in Ordnung. Ja, das hat Sie schon gesagt. Genau, denke ich auch. Und wenn, muss ich sagen, lieber Norbert Hörig, waren Sie heute zur falschen Zeit in der Stadt. Insbesondere Mittwochs finde ich, dass da auch viele Leute da sind. Der nächste in der Runde war Herr Weisbrot. Bitte schön. Ich möchte es kurz machen. Ich möchte nicht gleich verstanden werden. Mir geht es nicht bloß an der August-Wilbenstraße, aber es ist ein Beispiel, weil es eine große Straße ist, auch viele Leute schon in seinem Netz sind. Mir geht es um die Leute, die dort Geld angesasst haben, die ja unter diesen Ruinen, die daneben stehen, leiden. Und wir haben schon kaum noch darüber gesprochen, dass es gerade insbesondere bei der August-Wilbenstraße eine Chance wäre, mit der Gruppe Häuser wegzuflechen und die Innenhilfe zu ausschließen und Stellfläche zu machen. Dass viele Leute, die dort schon was haben machen, dann durch die Gebäude Oberwirtschaft, ich meine, wir reden von immensen Jugendlichen, die in der Stadt sind. Und ich kann das Schlimmste ausmachen, man kann alles kürzlich gemacht haben, wenn da neben mir sein Produkt verfallen ist, dann wird sich das aus meinen Mund hier auswirken. Wenn man mit irgendwelchen Mitteln dann den dazu bewegen würde, dann muss man halt die Förderbeschriften einfach zum Kämpfen haben, und sagt, man macht es toll, dann kann man öffnen, man kann Stellfläche schaffen. Dann haben diejenigen, wo es eine ganz andere Lebensqualität und haben auch große, viel besser als Mittelschrank. Und das ist eigentlich eine einzige Chance, wenn man so eine Strafe hat. Und da können wir das wirklich nicht als Gott gegeben ansehen und sagen, wir könnten ja nichts machen, weil wir müssen ja wohl. Und mittlerweile ist es so, Augenkirchen kommen, die Hauptstadtstraße, die Hospitalsstraße, die Milchstraße, die Parnestraße, die Schützerstraße, lang zu laufen mit Besuchungen. Obwohl dort viele Menschen sind, aber in allen vier, fünf Häusern, wo es nicht so lange angefangen kann. Das ist unheimlich schwierig, das wissen wir auch. Aber, wenn wir es nicht angehen, dann wird es von Noctur her, ich komme und sage, ich mache das jetzt für euch. Hallo! Herr Müller, bitte. Herr Müller, bitte. Herr Müller, ich kann es dir nicht teilen. Ich gehe auf das Unterzeitquartier und sage, es hat sich in den letzten zehn Jahren noch sehr viel getan, was beseitiges Heerstands geht, was die Sanierung auch ohne Häuser angeht. Es ist ein Hauptproblem an einer verkehrsbelasteten Straße, weil es halt unabhängig ist. Aber das haben wir immer bei den Beispielen gezeigt. Ich könnte Ihnen den Abend noch Beispiele zeigen, die dort installiert worden sind. Ich kann einfach aus der Runde hier mitnehmen, wir haben ja noch den einen oder anderen Tagesordnungspunkt. Ne, ist ja in Ordnung. Mitnehmen, dass wir uns dem Thema weiter widmen müssen, aufgrund verschonderer Problematik und wiederum auch feststellen müssen, dass insbesondere mit Sachen mit Wohnungssanierung oder Haussanierung oder Abriss die Dinge nicht von heute auf morgen passieren, weil wir halt immer die Eigentümer mit dazu brauchen, dass die Ja oder Nein mehr immer sagen. Deshalb sollten wir weiter dranbleiben, das Gremium Bauausschuss nutzen, natürlich auch die anderen Gremien, die es gibt, um hier in Sachen Stadtentwicklung immer mal einen Schritt weiter zu kommen. Ich würde die Verwaltung bitten, immer wenn es, machen wir sowieso, wenn es neue Erkenntnisse zu den Problemfeldern gibt, gibt es die meisten im nicht öffentlichen Teil, das ist ja richtig so. Und wenn wir in der Sache weiterkommen wollen, ja, dass wir einfach darüber eine größere Diskussion vielleicht auch mal mit dem Stadtrat darüber führen müssen. Und natürlich auch außerhalb des Stadtrats, damit wir die Eigentümer an einen Tisch bekommen. Frau Späte noch mal, bitte. Ja, ich denke, ich habe noch mal gehört aus dem Simpelgrund. Ich möchte einfach jetzt nicht den Eindruck zu stehen lassen, dass die Städteerforderung, das in der Tagesordnung, in diesem Fall greift. Leider ist es so, dass das nicht in der Städteerforderung vertreten ist. Wir können uns dagegen ja gerne aussprechen, nur Leiderinnen oder Argumenten nehme ich gut, außer auf die die Städte eben nicht offen. Ich habe hier einen Vortrag, der oberste Baubehörde im Freistaat Bayern von einem Professor aus den bayerischen Universitäten des Innern, die sind bestätigt auf der Universität nicht. Wir haben gleiche Probleme, das geht aber in Bayern nicht vorbei. Und dort steht wirklich, es fehlt bisher spürbar, eine Handhabe, nicht bürokrativer Eigentümer zu einer konstruktiven Beteiligung am Prozess zu reden. Das ist so, und das ist ja auch der Kummer, den wir in Sites, und zwar in massiver Form haben. Und das ist auch das, wo wir jetzt unter dem, unter dem, unter dem, unter dem Überstock Städteerforderung einfach nicht weiterkommen. Und das möchte ich immer noch mal sagen, Ich weiß, dass es das meistens theatrisch ist. Den Kummer haben wir damals vor. Es müssen dann andere Gelöseungen gefunden werden, und dann häufig nicht. Aber daran festzuhalten, und vielleicht auch so einen Haken zu nutzen, um das öffentlicher zu machen, dass es auch weiter gehörig wird, das ist sicher eine gute Chance. Dankeschön. Ich stelle dir schon mal vor, wie wir, äh, in der Entwicklung, Bevölkerungsentwicklung sich uns darin entwickeln. Wenn wir, wenn wir, wenn wir mal einen Schnitt waren, uns darin und Ziel stellen, wir gehen, was weiß ich nicht, 20.000, 30.000, wo es spricht, da sind dann noch die Stadtwerke da, da sind dann noch die Sparkasse nach da, und so weiter. Also, der Rückplatz, der Rückplatzkampf, der funktioniert. Und das heißt, das Szenario, wir müssen uns Gedanken machen, wenn das so ist, und wir können es nicht stellen, was wird dann bezahlt. Da stehen die Fahrt vor Fahrplätze, da stehen die Fahrt vor Rücken, da steht das auch, das wäre dann ein verbotlicher Zurückzug mit einem neuen, verkleinerten Zielstellen. Wir werden nie mehr einflusschleißen, wenn wir noch mehr. Wir werden uns dort einstellen müssen, dass die Jahre, die da kommen. Und dazu gibt es dann das sogenannte Startentwicklungskonzept, was schon immer weiter vorgeschrieben wurde, aber ein Leitbild habe ich da abgeschossen. Und mit dem Leitbild bringe ich das lieber, wie ich mir die Entwicklung in den nächsten Jahren so stelle, wenn es uns beide Driehzahlen anbringt und den besten mit denen ich es geschafft habe, für 2020, 2025, das wäre mein Kassel. Der Hinweis ist ja richtig, wie noch versucht zu sortieren. Wir haben ein Stadtentwicklungskonzept, das ist vielleicht auch richtig, dass es fortgeschrieben werden muss, da sind aber die Zahlen drin, wir brauchen jetzt nicht neue Zahlen erfinden, dass wir da noch weiter runter gehen. Und das andere, das Thema Leitbild, wäre vielleicht ein Thema auch für einen anderen Ausschuss. Also wir sind ja ein Ausschuss, der sich mit Bau- und Ordnungsfragen beschäftigt, das sollte auch weiterhin so machen und ich bin jetzt nicht der Meinung, den Ausschuss für alle Fragen zuständig lassen zu sein. Deshalb bitte ich, ein bisschen hier, ein bisschen hier am Thema zu bleiben und das ist aktuell der Stadt-Urbar. Leider, Herr Hörig, im Extremfall lege ich fest, was das Thema ist. Ja, aber jetzt ist wieder mal die Gemeinderordnung, wie Herr Hörig, das muss man eigentlich sagen, wir haben den Vorstellungen gehabt, als Stadtmarrer, der Oberbürgermeister sagt, Herr Hörig, dass das Sache vom Heiratsschuss sich selbst übrig hat. Also den Heiratsschuss für Schaffstatt, wird wohl so sein. So, jetzt noch eine andere Sache. Wie viele Protokolle oder wie viele Nachweisen über Gespräche der entsprechenden Abteilung der Stadt Salz gibt es, die wir mit den Bürger in Brandenstraßen gesprochen haben, für seine Provin-Seite-Hilfe-Hilfe-Tage, gibt es da Besuche, gibt es da Besuche, gibt es da Besuche, Besuche? Das kann ich nicht. Hallo, wir sind im öffentlichen Teil der Stadt-Prätssitzung, wir sprechen wir nicht über Eigentümer, egal von welcher Straße. Das können wir im nicht-öffentlichen Teilchen fragen, können Sie gerne im nicht-öffentlichen Teil stellen, und ich denke, da kann Ihnen ein Auto viel besser antworten, als jetzt hier im öffentlichen Teil. Das ist zwar die Aufklärung, das ist das sortiert. Es steht ganz genau im Kommunalverfassungsgesetz drin, was öffentlich und was nicht-öffentlich ist. Grundstücksangelegenheiten sind natürlich nicht öffentlich, darauf wurde ich auch schon bemerkt. Deshalb schreibe ich hier ein. Sie sprechen aber gerade von einem Herrn, der Grundstückseigentümer ist das selbe so formuliert. Ich spreche von Grundstückseigentümer, die hier bei wenigstens tun oder nichts tun, und spreche darüber, ob die Stadtverwaltung uns mal vor Gesprächspitzen vorlegen kann, im nicht-öffentlichen Teil, wo ich gesagt habe, wir haben mit den drei nachgesprochen, und bei denen, die uns vernehmen, gibt es sowas, das gibt es nicht. Und jetzt habe ich auch mit der Frage noch einen anderen Hinweis. Wir reden nur von Abbrüchen. Abbrüche, das heißt, ich weiße alles weg, mache einen Parkplatz, halte den Jahr, und wenn nicht, dann habe ich doch festgelegt, die die ganze Stadt verständlich ist. Ich spreche hier noch den Beispiel-Falli-Falli-Falli-Falli-Falli. Ich beobachte das jeden Tag, das habe ich mehrfach gesagt. Auch das sind Fragen der Lebensqualität unserer Bürger. Wie kontrolliert die Stadt, die Abbrüche, wie sind die Flächen, die vorgehen, bei einer Frau-Genehmigung, bis wir genau das machen müssen, bei einer Abbrüchse-Genehmigung, bis das das Gleiche. Das sind die Probleme, als ich jetzt nicht mit mir, Herr Vorsitzender. Auch wir haben die Verantwortung über 60 Prozent der Stadt, auch wir als Stadtverwaltung was tun, und wir sollten die. Aber ich bin der Hand, dass sich die Menschen reden lassen, und ich denke schon überraschend. Ich denke, ein solcher Tagesordnungspunkt wie heute dient ja auch vor allen Dingen der Information, aber auch dem Mitnehmen von Rahmenbedingungen, dem Aufruf zum Engagement. Und Herr Hörig, Sie regen ja verschiedene Dinge an. Ich kann Ihnen sagen, wir können zu vielen, vielen einzelnen Eigentümern, und wir kommen nachher am nichtöffentlichen Teil ganz speziell zu verschiedenen, Ihnen genau sagen, was da läuft, wie es läuft, was das Ziel ist. Und gerade wenn Sie das Thema Freilichgradstraße ansprechen, ein wunderschönes Thema, weil dort haben wir ja nun gerade gezeigt, wie lange es dauert, bis nur ein einziges Gebäude in den Abriss kommen kann. Ich erinnere hier an das Dienstleistungskombinat. Wir haben in vielen, vielen Beratungen Ihnen schon berichtet, dass wir drei Jahre gebraucht haben. Nicht, weil wir unengagiert waren, sondern weil wir so engagiert waren, haben wir es nach vielen Tiefschlägen in den drei Jahren endlich geschafft, dass dieses Gebäude dort auch eine Immobilie, die kurz nach der Wende leer stand, endlich abgetragen werden kann. Aber an dem Beispiel sehen Sie, wir sind daran, auch wenn es Jahre kostet, auch wenn wir mit Eigentümern, wir waren dort auch nicht Eigentümer, erst noch Dinge regeln müssen, auch wenn wir Viertelmittelgeber brauchen, auch wenn wir die Denkmalschutzbehörde benötigen, es geht. Aber daran sehen Sie auch, dass es nicht mit unseren Ressourcen sofort an jeder Stelle und immer geht. Da dürfen wir uns nicht die Augen vorverkleistern. Und das rufe ich auch in die Öffentlichkeit. Wir haben in der Tat in unserer Stadt Probleme an einer Zahl an Grundstücken und Häusern, Gebäuden. Die haben wir, ja. Aber genauso müssen wir sagen, diese Entwicklung hat ja nach der Wende eingesetzt. Die Gründe kennen Sie alle, warum wir diesen Leerstand haben. Die sind einerseits in einer industriellen Entwicklung, die nach unten gegangen ist, zu zeigen. Andererseits ist es auch so, dass es einhergehend damit eine Bevölkerungsentwicklung gab mit einer extremen Verringerung. Diese schnelle Entwicklung nach der Wende, wir sind jetzt im 25. Jahr nach der Wende, die kann nicht mit einer genauso schnellen Entwicklung in dem baulichen Bereich über die Eigentümer, über die Kommunen einhergehen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Wenn wir das glauben machen, dann verkleistern wir uns die Augen. Ich freue mich aber, dass wir gerade am heutigen Tag und in dem Ausschuss die Möglichkeit genutzt haben, dieses Thema wiederum an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich auch gemeinsam mit Ihnen, dass wir immer wieder die nächsten Schritte gehen, um Stück für Stück unsere Probleme zu beseitigen. Mit vielen, vielen Partnern, die wir dazu brauchen. Und ich denke, das wäre ein schönes Fazit aus der heutigen Veranstaltung, dass wir gemeinsam mit den anderen Akteuren, die zwingend mit dabei sein müssen, dieses Problem weiter angehen werden und müssen. Und jeder, der dazu etwas beizutragen hat oder der Grundstückseigentümer ist, der vielleicht auch einen Vorschlag, eine Idee hat, der möge bitte ganz aktiv auch zu uns kommen. Wir tun das, wir tun das in den Bereichen ebenso. Und ich denke, wenn das das Fazit aus der heutigen Veranstaltung ist, würde ich mich sehr freuen, dass wir es vor allen Dingen in die Öffentlichkeit wieder mehr hinaustragen, das Thema. Danke sehr. Herr Höchstenspräsident, das war ein schönes Gespräch. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Sie haben das richtig gesagt, ich bin nicht hierher betont, um jemanden zu erinnern, um es recht zu betont und zu sagen, Sie wissen das nicht. Ich bin hier, weil ich meine Ideen vorstellende vortrage. Und da wünsche ich euch nicht, dass wir es weiter verbunden haben. Denn das werden wir jetzt schon als Stadtrat und das werden wir jetzt schon als Stadtrat und das werden wir jetzt auch mit Gott. Was sollen denn die Kinder an die Stadtrat gegeben, wenn wir uns an der Wahl sind, wenn wir als Stadtrat nicht reden lassen? Ich danke Ihnen, Sie haben sich verstanden. Das sind nur Anregungen. Vielen Dank, Herr Höchstenspräsident. Weitere Anregungen oder Fragen an Herrn Beleers kann ich so nicht erkennen. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 8. Aufhebung der Richtlinie zur Förderung von Vorhaben im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtmitte der Stadt Seitz. Beschlusstext liegt vor. Auch die Begründung und Frau Schaller, Sie würden bitte dazu umfassend informieren. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen ja die Diskussion vielleicht in der Bibeldeutschen Zeitung und zu Karl und zu diesem Vorhaben. Es gab da ein totales Missverständnis und ich muss Ihnen sagen, ich war sehr, sehr erschrocken und es hat garantiert sich unnachteilig oder man könnte sich unnachteilig ausüben, denn man sprach von der Vorhaben fälschlicherweise von der Aufhebung des Sanierungs-Satzes. Das wäre, ich sage ich mal, ganz, ganz schön. Da brauchten wir die nachfolgenden Tagesordnungspunkten über die Weisland-Kostenplatte nicht mehr zu diskutieren. Also das müssen wir ganz schnell wieder vergessen. Aber auch unsere Förderung der Geberstelle, das ist der Grund ins Land, die wären bestimmt erschrocken gewesen oder sind vielleicht auch schon das zu den Diskussionen in der Stadt Seitz vorgenommen worden. Also wir sollten vorsichtig immer vielleicht doch noch mal die Verwaltungen anfragen, was dahintersteckt. Hier geht es wirklich nur um die örtliche Richtlinien der Stadt Seitz, die aus dem Jahr 1998 gestand. Und da Kalkulationen immer wieder überarbeitet werden müssen und aus den nächsten Ständen geachtet werden müssen. Deshalb auch das Land erkannt, denn wir haben im März diesen Jahres auch eine neue Förderrichtlinie kreiert. Ist jetzt noch nicht so bekannt. Wir haben auch noch vor, die so schnell wie wir sie auch bekommen, auch das Internet zu setzen oder das Internet zu besitzen. Wer sie jetzt schon lesen will, hat mir auch vor dem Verwaltungen das schon einmal vorliegen. Also dies ist ja das wichtig. Es gibt keine Nachfrage, aber auch garantiere, jetzt noch mal die Frau Päugerser zusammen, warum die eigentliche Richtlinie heraufgerufen werden sollen. Und es kann nur für als Vorteil für die Eigenschaften sein, da würde ich das mal weitergehen. Ich bitte nur, um zukünftig nicht in der Zeitung sowas zu schreiben, weil das gravierende, auswirkende Hand gilt. Frau Päugerser, zu wie an die Vorwaltungen vielleicht fassen Sie jetzt die Frau Päugerser. Ja, okay, also Frau Päugerser hat sich schon noch die Nachhinein an zu sagen Frau Päugerser. Sehr geehrter Herr Lundsang, hätte ich eine Runde und ich mich nicht anzunehmen, aber ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt eine Runde. das Richtlinie heraufgerufen, weil wir das hier gut eingeschränkt. Und aus den Momenten, die ich, auf die ich nicht gerade eingeben will, dass das Erwerbungsprogramm ankommen ist und funktioniert, haben wir eigentlich folgenden Grund, der aus dem Bewege dieser Satzung jetzt aufzunehmen. Und das ist die Einschränkungen. Was? Entschuldigung, Entschuldigung. Verschränkungen. Ja, das sind die Einschränkungen. Und die Einschränkungen bestehen darin, dass in der Richtlinie der Geforderung des Fachgeschosses ausgeschossen ist und wir wollen nur mit dem, kurz gesagt, Denkmal, also den Denkmalerbundigwert verlaut werden. Das ist gar nicht angewendet worden, weil das so sehr schnell festzustellen ist. Wir wollen aber, ja, passt hier zu den letzten Themen, in die Mitte und wollen unseren Stand gestalten und wollen dieser Leben weitergestalten. Und da ist es jetzt so, dass diese beiden Einschränkungen, da hat es nicht, den wir uns behindern. Denn ich möchte jetzt mal ein Beispiel sagen, die im Städteweichen Denkmalschutz ist schon immer nach Landesrecht eine Ergänzung zu bauen in Abstimmung mit den Fotosgebungen möglich. Jetzt schauen wir uns mal zum Beispiel nach Acht an, den wir jetzt mit großem Einsatz von Fotos mit den Rentern als Denkmal, der aber dann erst nur mal gerettet ist, der aber auch nur zum Beispiel führen muss. Der Investor, der sich dafür bereit erklären könnte, der wird eine Nutzung finden, wird sicherlich die wirtschaftliche Betrachtung machen müssen und da wird dann die ganzen Flächen des Hauses also im Dachausbau machen müssen und wahrscheinlich auch Heiden einbauen. Und da müssen wir zur richtigen weiteren die Dachausbau und diesen Avenger in der Registungsangebauen aus der möglichen Kontrolle, sie kann werden und durchführen und prostreicht. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. In dem Städtebäucher-Legerschutz ist das wirklich so verrunden, wie es gesagt hat, nur in Absprung mit dem Vordergrund und wenn ein wichtiges Denkmal gelettet wird, ist das dort möglich. Es ist inzwischen die neue Richtlinie des Landeshauses nachkommen, auf die Frau Schauer schon hingewiesen hat, die ist per 1.8. 2015 gültig, ist uns selbst erst seit Mittelpur bekannt und die schließt einen Neubau in unserem zweiten Programm, das wir im Salernus-Gebiet betreuen, im ASI-Programm voll schaust. Da ist überhaupt keine Neubau-Forderung möglich, sodass das, was mit der Presse oder Diskussion über Förderung von Neubau-Forderung in der ganzen Innenstadt wäre überhaupt nicht möglich, also es entsperrt jede Grundlage. Es ist so, dass die alte Landesrichtlinie es aber im Salierungsprogramm, wo das Maasen-Programm bis zum 31.12. Jahrhundert dazu gehörte, Neubau-Forderung erlaubte. Das heißt, begonnene Maßnahmen, die bei uns laufen, die auch im Maßnahmen-Kostenplan sich wiederfinden und die bis ins Programmjahr 2014 bewilligt wurden, fallen nicht unter diese Neubau-Forderung, sodass wir dort diesbezüglich das realisieren können. Das ist ein Maßnahmen-Kostenplan, die Maßnahmen, die im Block 15 an der Markt geplant sind. Ich würde wahrscheinlich jetzt für die Deutsche Maasen-Programm haben, haben Sie Fragen. Wir können ja versuchen, die offenen Fragen einfach so strukturiert abzuarbeiten. Ich denke, da wird einiges klar. Man sollte das auch tiefgründig bearbeiten, weil eben immer das Problem ist, was hat man Informationen, hat man nicht. Sie haben es angesprochen, es gibt eine neue Landesförderrichtlinie, die nicht so leicht einsehbar ist. Ich hatte mich auch bemüht, das ist also offensichtlich schwierig, komisch. Und deshalb müssen wir uns jetzt stückweise dem Thema nähern, weil wir wollen ja auch eine fundierte Entscheidung treffen, spätestens im Stadtrat. Die Frau Späte war die erste Meldung, bitte. Und dann machen wir einen Spreitenden. Ja, ich möchte zwei Dinge sagen. Zunächst wäre es vielleicht wünschenswert, so oft wird sein Vorkommen, dass man mit 16 Jahren eine richtige Irgendwie mal dran gelegt hätte. Die gibt es ja sicher in Papierbommern und Haus noch, dann hätte vielleicht jeder sehen können, was es sich gehandelt, weil die mögliche, die Tätelstätten bauliches Ernehmens in der Alkohle und die wiederholen sich halt. Für Uneingeweihte oder nicht so lange in der Ebene hier beschäftigt Sitzende ist das manchmal irreführend. Also es wäre sicher gut gewesen, die bald irgendwie auszutreten. Könnte man für mögliche nächste Fälle so machen, wäre möglich. Das Zweite, ich habe sehr positiv erlebt, dass es im Rathaus in Formen oder in Person Entschuldigung der Frau Breu und sicher auch Frau Schaller immer noch auskunftsfreudige Kollegen gibt. Und ich bitte wirklich alle, die Sorge und Kummer haben, sich da hinzuwenden und kriegt man erklären, was es sich handelig hat, diese Möglichkeit genutzt. Und war noch ein Telefon mit Frau Breu sehr viel gemüter. Und ich halte das auch für Bürger und andere, ist das eine gute Hilfsbereche, ich halte das immer für besser, als eine Diskussion vorwegzulegen, die eigentlich unnötig ist. Und das ist nicht sehr schön, weil die Sache dann letztendlich sich auch eigentlich ganz klar auflöst. Und das hätte man nicht machen müssen. Und zweitens eine kleine Hintermesserung an dem wir in das Ackerallstatt, die ich in ihrer Arbeit so sehr schätze, das wissen wir auch mit Peter. Gut, letzten Endes möchte ich auch noch mal sagen, dass es nicht die Frage allein, ob jetzt ein einzelnes Haus, welches auch immer den nachbohlen auskauft darf und die andere vielleicht auch wieder in Prokurrenz das ist ja wieder entscheidend, das eigentlich ein Haus entführt, aber sie ist in diesem Fall nur komplett durch verschiedenste Regierungen, ausgeschlossen oder gar nicht mehr, sinnhaft. Also ich würde der Aufhebung dieser Richtlinie zuschlagen. Danke. Vielen Dank. Wer hat weitere Beiträge noch? Ich weiß nicht, ob auf der rechten Seite eine Meldung mehr habe. Nicht, dass ich jemand übersehe. Dann Herr Hörbeck. Ich habe noch eine Frage. Es ist natürlich eine schwierige Situation, wenn Sie jetzt vom Dach drauf sprechen, ich denke, das ist eine Frage, es ist nur ein Frage, wenn dann die Wäsche zu zahlen. Aber der Autodemum, der damit im Dach drauf arbeitet, muss ich auch dann selbst fahren, wenn es trotzdem nicht ankennen wird, durch Vermutung, ich denke da an Geschäfts und jemand anfangen zu bleiben, da möchte ich mir nicht vorschreien, dass Sie wie anderes Beispiel ein Denkmal, das ist ein Denkmal, das ist einfach gebraucht, das wird in der Rechnung, sonst setzt eh Kredit gegeben, das dazu. Und allgemein jetzt zu der Frage, dass die Denkmal- geschützten Höser im Denkmal- lege, alt nicht überrascht war. Und ich habe auch meine Meinung wissen, ich habe absolut immer treu und lange in den Schutz Behörden gestanden, aber ich habe festgestellt, da wurde sehr, sehr viel Unsinn gefordert und viel verhindert, dass ist und ich möchte noch eins hinzufügen, auch angesichts der Diskussion, die wir vorhin, was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, für das Thema Problemgrundstücke, Problemimmobilien sagen. Wir haben hier eine Richtlinie, die ist selbst von uns, also vom Stadtrat, verabschiedet worden. Und wir sehen nun an mehreren Stellen, dass diese Richtlinie uns hindert, an bestimmten Stellen tatsächlich adäquate, wichtige Entscheidungen treffen zu können, positiv treffen zu können. Ich denke, wir können auch mit der Aufhebung dieser Richtlinie in Zeichen setzen, dass wir uns selbst keine Bandagen ansetzen, sondern tatsächlich auch kreativ unsere Möglichkeiten nutzen können, die uns die Regelungen letztendlich lassen, die nicht wir zu entscheiden haben. Denn das ist auch die Wahrheit, dass wir uns mit dieser Richtlinie im heutigen Zeitpunkt Bandagen anlegen würden, die es uns dann nicht mehr ermöglichen, kreativ auf Situationen einzugehen, auf Anträge einzugehen und ich denke, das sollten wir nicht tun, deswegen rufe ich Sie auf, bitte stimmen Sie der Aufhebung zu, das eröffnet uns neue Handlungsmöglichkeiten. Danke sehr. Dann will ich nochmal einfach, um bei der einen oder jetzt nicht gemeldet hat, zwei Dinge nochmal nachfragen, um das vielleicht konkreter zu machen. Also erstens, es handelt sich bei dieser Förderrichtlinie nur um das, nur, es handelt sich um das Fördergebiet Innenstadt, Sanierungsgebiet Innenstadt. Also das ist ja klar abgegrenzt und es handelt sich nicht, ich sag mal, also dieser eventuelle Neubau ist nur sozusagen, so habe ich das gesagt, in Abstimmung mit, erstens mal mit Ihnen und immer in Verbindung mit einer Altbausanierung, also Denkmalsanierung zu sehen. Ja, also es gab ja auch die Thesen, da kauft einer eine grüne Wiese in dem Bereich und baut da sein Häuschen hin und dann kriegt er das gefördert. Das ist nicht so. Es geht wirklich nur in Abstimmung mit Ihnen, in Zusammenhang mit einer Aufwertung einer Sanierung eines Denkmals wäre es sinnvoll, noch einen Anbau oder Neubau zu machen, dann ist das förderbar, wenn wir die Richtlinie aufheben. Ja, Förderbar ist das bestätig, wo es ein Denkmals ist. Und wenn die neue Förderrichtlinie das hat, ist der Lande oder Neubau oder auch meine Stolz oder Verschluss oder nicht, dann würde ich noch machen. Ja, aber jetzt reden wir erst mal nur um den klassischen Innenstadtbereich im Sanierungsgebiet. Den kennen wir ja, das ist klar definiert. Gut. Ich habe hier einen kleinen Beweis, die Frau in den Schau, das ist zwei Jahre schon überfällig. Hier steht das schöne Wort, die Steilinsatzung. Die hatten wir mal. Da gab es eine ganz kleine Aussage mit seiner Fassade, der schulischen Fenster, das waren zusammen, die sie vor Jahren aufgrund der Fahrt und nachdem ergeben haben. Jetzt haben wir eine Gegensatzung. Wer darf da wirklicherweise dieses schöne Wort, was ich schon besprochen hatte, wieder aufschauen? Wer ist nicht richtig in der Frage des Kommunalen Selbstverwaltungs? Verwaltungs, dass wir diese Sanktion korrigieren, überarbeitet, eine neue Erlösung. Frau Schaller, das kurz dabei aussehen. Ich kann es kurz sagen, es war ein bisschen den Steiltragen, das es gab, ich kann es Ihnen dann konkret auch ausrufen, weil Steiltragen die Gestaltungssitzung machen, es war nicht ein bisschen Stiftung zu finden. Das ist definitiv doch. Ja, vielen Dank. Erhöre ich auch, dass es nachlesbar im entsprechenden Protokoll oder entsprechend Computer nutzen, da kann man das, denke ich, mal auch nachvollziehen. Gut, zu diesem zu dieser Aufhebung einer Richtlinie weitere Anfragen dazu, kann ich jetzt so nicht erkennen. Eine Bitte, Frau Späte äußert er auch mal gerne eine Bitte, er hat es auch schon geäußert, ich finde es nur verstärken, sobald diese Landesrichtlinie, ich sage mal, für jeden einsehbar ist, da wäre es schön, wenn wir eine Information bekommen, beziehungsweise die dann vielleicht im Hauptausschuss oder Stadtrat vorgelegt wird. Was bekomme ich? E-Mail verteilen. Genau, bei E-Mail verteilen oder irgendwie, weil ich denke, es ist wichtig, das, was dann neu gilt, quasi, zu präsentieren, was alt ist, hatte ich vor Späte auch schon gesagt, ist natürlich auch wichtig, aber man will ja den Leuten mitteilen, draußen, das würde jetzt neu gelten und dann kann man ja einen Vergleich machen und denken, dann hoffentlich die meisten auch feststellen, dass das eine gute Sache ist, so wie es der Autor vorgetragen hat. Also ist das dann unter www.zeits.de nachlesbar? Ja. Gut, da ist keine weiteren Fragen dazu gab, sind wir bei Tagesordnungspunkt 8, Die Frage an den Bauausschuss ist jetzt, ob wir diesen Beschlusstext, der recht kurz ist, der Stadtrat beschließt die Aufhebung der städtischen Richtlinien zur Förderung von Vorhaben im Rahmen der städtebaulichen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtmitte-Zeits an den Haupt- und Wirtschaftsausschuss beziehungsweise den Stadtrat weiterempfehlen. Dazu bitte ich zunächst um Ihre Ja-Stimmen. Drei Ja. Nein-Stimmen kann ich erkennen, Stimmenthaltung. Drei Ja, Null Nein und drei Stimmenthaltungen so an die folgenden beschließenden Ausschüsse und Stadtrat weiter. Nein, das ist angenommen. Die Mehrheit der Abgeordneten doch, drei Ja-Stimmen, die werden gezählt. Das ist ja einstimmig, weil der Rest sind drei Stimmenthaltungen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt neun, Umsetzung der Maßnahmen der Städtebauförderprogramme, Stadtsanierung, Städtebaulicher Denkmalschutz, ASU für der bewilligten Fördermittel bis einstimmungsprogrammjahr 2014, in den Haushaltsjahren 15 bis 18, Stand 31. Januar 2015. Die entsprechenden Listen liegen der Beschlussvorlage bei Frau Reum, bitte. Ja, diese Vorlage gibt Ihnen zum Beschluss vor, weil die Bewilligungen des Programmjahres 2014, sowohl für den Städtebaulichen Denkmalschutz als auch für ASU in anderen Höhen vorliegen, als in der letzten Beschlussvorlage der Einkauf in der Form. Städtebaulichen Denkmalschutz in das weniger Mittelformen und entsprechend in der Liste dann aufgeteilt. Im ASU-Programm haben wir im September wegen der vorzumlenden Haushaltsvorschung vor, Verschiebungen und vorzumlenden vorgeschlagen gehabt und im Dialog mit dem Fassageber, der für Zeit das Ursprungs, die Höhe der Ursprungsmittel für das Programm ja schon bereitgestellt hatte, konnten wir erreichen, dass die Maßnahmen, die für den neuen Antrag 2015 eigentlich gedacht haben und dann und weiter zeitlich nach hinten verschoben und dann mit unserem Haushalt machbar erscheinen, dass wir die in den 14er Antrag noch einarbeiten konnten, mit der zeitlichen Verschiebung nach hinten, so dass so wie diese Liste mit den Maßnahmen mit den zeitlichen Eigenkällen voll bewilligt ist im Asum Plan das sind die wesentlichen Punkte weshalb ihnen das vorliegt außer der neuen Maßnahme auf die ich schon kurz verwiesen habe das ist in der letzten Zeit im Asum irgendwas am Kostenplan die Weigestaltung des Globes 15 begonnen mit Neumarkt 1 2 3 dort soll eben Neumarkt 1 ist ja schon in Arbeit 2 und 3 weiter bearbeitet werden und das ganze weiter nicht geblieben bis zu haben das ist eine richtige Kammersstraße in Berlin in Land Ich denke der Anfang ist nicht richtig dass wir da begonnen haben und dafür ist das beantragte Geld schon da Auch diese letzte Maßnahme ist möglich nicht alles was im Kostenplan von ASU finden alle Maßnahmen sind möglich da wird für 2015 jetzt kein Neumarkt erstellt weil wir schon runter bringen konnten letzte Bewilligung und das klappt auch dann mit dem Vorfeld Thema Ja gut Okay dann würde ich das einfach mal rückwärts machen also weit verbräu auch zu den ASU dass wir vielleicht die Fragen so strukturieren zunächst aktive Stadt und Ortszeit Zentren und dann die anderen beiden Programme wenn das geht Ja haben wir jetzt gut bitte Ja ich habe eine Frage Es war vielleicht falsch gemacht und mir aufgefallen Hier ist kostet der Inschatz eine Stand zum 1. 1. 1. Einer 1. 600.000 Euro 2016 sind 50.000 und dann 2. 700.000 255 Euro was ja Ortszeit ist Ja Im Programmjahren 2013 hatten wir einen Antrag gestellt der das Thema Haarenstraße ganz offen macht das war über eine Ausgabe und wir wissen ja alle dass Haarenstraße die König 67 Wir hatten damals das große Ziel, dort voranzukommen, voranzutreiben, zu planen, aber durch die Probleme mit dem Eigentümer ist das ja nicht möglich. Und deswegen ist sozusagen als Fundament, wenn diese 13er-Kotter-Mittel-Bescheid überhaupt kommen haben, ist für die Landische Kassen Sieben etwas üblich geblieben, um dort auch nur mal darüber nachzudenken, was damit werden soll. Und das andere Geld wurde für andere Maßnahmen gebraucht und ist unfeilig. Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel sagen darf, die letzte Beschlussnung war auf dem 19. Sem grapes Sew. Erstens gehen Sie zurück, Kirchen, Dona Wo pérez, beginnt evtl. Das Problem ist grundsätzlich noch. Wir haben schon mehrfach diskutiert, das muss auch schief sein. Das Problem ist grundsätzlich noch nicht so, dass wir uns ein paar Varianten vorgestellt werden sollten. Deswegen denke ich, man sollte sicher erst mal da sein, was wir wollen. Vor 60.000 Euro wird vielleicht fehlt Investition. Weiterfragen jetzt zunächst zu dem ASU-Programm. Da würde ich gerne diese Anregung, die wir jetzt gemeinsam hier in dem Raum gefunden haben, quasi feststellen und an die Verwaltung weiterleiten, dass wir in den einen der nächsten Bauausschusssitzungen entfüße ich jetzt nicht zum Thema Rahnestraße 7 und folgendes da uns nochmal verständigen. So, es gibt die anderen Programme städtebaulicher Denkmalschutz und städtebauliche Sanierung. Auch da hat ja Frau Breu erläutert. Dazu noch irgendwie einzelne Fragen, was unklar ist. Frau Schmidt. Noch einmal zum Beständnis, was ich da hinterher komme. Sie sind da jetzt sozusagen Rahnansätze für die laufenden Jahre, die im Haushalt, also die Kürzung ist im Haushalt schon hier drin, die Sie jetzt vorhin aufbauen. Was ist Ihnen vorgetragen, dass die Kürzung im Haushalt 2014 und 2015 im Programm ASU und die Eigenmittel dafür sind im Haushalt 2016 eingestellt, vorgesehen. Der ist ja noch nicht geschlossen, aber da sind Sie eingeblendet. Also es sind die aktuellen Kürzungen, jetzt noch nicht aktuell im Haushalt 2015. Ich kenne keine aktuellen Kürzungen. Zu den beiden Fragen. Also die Projekte, die wir finden, ich beziehe mich wieder auf dieses ASU-Programm, sind alle finanziert. So, wir haben bei einzelnen Projekten Verschiebungen in die Jahresscheiben vornehmen müssen. So, zum einen das. Zum anderen, die Projekte, die hier drinstehen, und ich beziehe mich nochmal auf das Thema Rahnestraße 7, was ja insbesondere mit dem Thema Archiv zusammenhängt, ist ja noch nicht endgültig geklärt. So, ich werde dem OB, Herrn Misch auch, mit auf den Weg geben, dass er bereits im Hauptausschuss, den aktuellen Stand dieses Projektes Archiv berichtet. Und ich kann Ihnen eins sagen, ohne dass es eine endgültige Entscheidung im Stadtrat gegeben hat, zu dem Thema, wird hier natürlich für eine Archivnutzung auch kein Euro ausgegeben. Aber, aber, wir haben ja, und daran will ich erinnern, Frau Beuer hat es gesagt, wir haben vor einigen Jahren, damit wir überhaupt die Möglichkeit erhalten, in unserem Gebiet hier Fördermittel für so etwas zu reservieren, haben wir einen Antrag gestellt. So, von diesen Mitteln sind einige noch reserviert, und Frau Späder, es gilt das, was Sie gesagt haben, diese Mittel können wir, so wie wir es bei anderen Themen ebenfalls in der Vergangenheit schon getan haben, wenn wir eine anderweitige Entscheidung treffen, natürlich zur Umschichtung für andere Projekte beantragen. Das ist gar keine Frage. Sodass ich mich darauf freue, dass wir den aktuellen Stand zu diesem Thema Archiv, soweit es möglich ist, vom OB im Hauptausschuss bekommen. Und dann, denke ich mal, haben wir auch ein rundes Bild über dieses Thema. Und dann kommen wir zur Rahnerstraße, sieben, oder rechts und links. Die Rahnerstraße würde ich empfehlen, im Gesamtkomplex zu betrachten. Wir haben dort eine ehemalige Zentralgruppe. Ein großer Saal, eins für noch, der wird es sind, um die Stadtseitz zu retten. Wer aber, Sie wissen ja, da gehören Sie nicht. Das ist der Oberbürgermeister, dem ist die Wahl eines Blöckkonzeptes. Denn, da steht die Frage, wann? Ein Wort im Saal? Todurch. Ich sehe die Zahl in der Frage. Nachhaltigkeit für unsere Bürger, als wichtiger als die Rahnerstraße sieben. Die Rahnerstraße sieben ist im Prinzip ein kleines Gebäude. Und wir haben davon gesprochen, dass wir das Archiv der Stadtseitz und das Archiv der Urgenlandweiß in einem Komplex unterbringen. Das ist dann einfach so klein für die nächsten 50 Jahre. Aber da ereignen sich eine Gesamtbetage von Säckiwahn und den Betonbäden und den Stahlbäden und viel, viel besser. Das wäre also wichtig für den Häusern, als Anregung und zum Nachdenken. Und dann habe ich noch eine weitere Frage. Da gibt es die drei, sind diese Häuser oder sind die Vorwürfe von der CEMA. Sind diese Häuser. Industrie statt seitens. Diese drei Häuser sollen ein Beispiel von Pötsch und Frieden, Rotterdam oder Ökkelweißen, an den bestimmten Bürokraten, an Klavierunternehmung gegeben werden. Das ist die erste Einrichtung, die die Einrichtung mit den Hinweisdienst zur Stahlbäden zu holen und sich in den Fahnen zu vermitteln, zu verpacken, zu verpacken, zu bezahlen. Das ist quasi die Bühne. Also die Häuser sind klein, am Hinterland am Fahrt mit einem Stückchen da vergeben zu haben. Aber diese Beispiele sind wirklich nicht unbedingt nur mit dem Hinweis stehen lassen. Wichtig ist, dass die Häuser ist. Das ist Nachhaltigkeit, das ist der Wessels, das ist der Verbindung nach dem US-Dekadal. Wenn der Abschluss kann sehen, können wir alle anderen Sachen. Das wäre ein Antrieb, die uns zu diesem Fall in der Fraktion zu überdenken. Danke, Herr Hörig. Zu diesem Tagesordnungspunkt noch weitere Fragen. Eine Verwaltung, Anregung kann ich nicht erkennen. Dann geht es entsprechend wiederum an die Empfehlung der weiteren Ausschüsse und Stadtrat. Bitte ich um Ihre Ja-Stimmen. Sechs Ja-Stimmen, Stimmenthaltung eine und Gegenstimmen keine. Ja, vielen Dank. Ja, mehrere Fragen, danke sehr. Ja, zum Thema Leitungs-Tierheimnis. Wir stehen natürlich im Regenkontakt, insbesondere nach dem Hofwasser, was den Standort angeht, mit dem Tierheimverein, mit sowohl dem Vorsitz als auch denjenigen, die vor Ort täglich die Arbeit machen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen leben sollen. Es ist so, dass wir nach dem Tierheim nochmals, das ist bereits vor einigen Jahren, auch damals, als das Tierheim dort hingekommen ist, auch danach im Volk nochmals geschaut haben, ob es alternative Standorte für das Tierheim gibt. Das Tierheim selbst hat dann zum Leben und denjenigen letztendlich gesetzt, die die örtliche Suche ganz klar eingeschränkt haben, was aber richtig ist. Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, letztendlich, dass eine örtliche Veränderung an dem Standort jetzt die sinnvollste Variante ist, aber dazu bereits, so wurde mit der Gewässerbehörde vom Hogenlandkreis als auch mit Reigentümern natürlich Kontakt gehabt. Daraus hat sich auch der B-Plan, der Lageplan entwickelt. Hinzu kommt dann noch, dass ja im Zaubereich des jetzigen Tierheims die Deichanlage neu errichtet werden soll. Das heißt also, aus verschiedenen Gründen ist es so, dass eine, ich sag mal so etwas, Fläche, Nutzungsfläche in dem jetzt genutzten Bereich, in der Karte, die Sie haben und die auch da vorne ist, dass es im nördlichen Bereich von oben geht, ja, und dadurch eine, ich würde sagen, Teilarbeitung in den typischen Bereich stattfindet. Das wäre ein Thema, ein ganz wichtiges Thema. Ziel war es immer, auch bei der Befassung von Schadrat nach dem Hochwasser, dass Lärmschutz Priorität hat. Nicht nur ungefähr ist das natürlich auch bei dem W-Plan, spielt das eine ganz wichtige Rolle. Und es wird letztendlich so sein, dass Lärm intensivere Tierhaltung in dem nördlichen Bereich zuvor sein muss. Und dass diejenigen Unterbringungen, die nicht oder wenig nur Geräusche verursachen, in dem südlichen Bereich, also näher an diesen öffentlichen Bereichen, die sie vorne aneinander sein kann. Da sind wir uns mit den Tierhaltungvereinen völlig einig, dass das eine ganz wichtige Betrachtung ist, die wird berücksichtigt. Die Veränderung, ja, Sie müssen eines wissen. Dieser gesamte Bereich, der jetzt, Sie sehen es auch mit der Nutzungsartenlinie, die hier gekennzeichnet ist, mit einer Strichpunktlinie, ja. Dieser Bereich, der jetzt insgesamt eingezeichnet ist, das ist kein Bereich, in dem insgesamt Tierhaltung stattfinden wird, ja. Sondern, wir haben ja aktuell schon das Thema, dass wir erstens eine deutlich verbesserte Zufahrtssituation für das Tierhaltwerk schaffen möchten. Zum Zweiten ist es so, dass wir auch vom Hauptstraßenbereich, also vom Bereich, der drückt uns auch, beziehungsweise Teil der Staatsstraße aus, auch in den Gelände ein paar Parkmöglichkeiten benötigen. Wir brauchen das auch, um letztlich auch Fern- und Entsorgung für das Tierhalt zu verbessern. Das heißt also, diese Erweiterung ist keinesfalls sämtlichsten Flächen, die für Tierhaltung vorgesehen ist. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Nutzungen, die für den Betrieb des Tierheimes wichtig sind, bei der Verlegung sozusagen des Haupteinganges, die dort im Prinzip der Neuer Heimstand finden müssen. Okay. Weitere Fragen? Wir haben natürlich auch bei der Abschuldung des Hauptes und wir wollen natürlich den entsprechenden Verkaufs-Ausschuss, die vorliegenden Schlussrechtsgefehler, die wir in der Aufnahme anbieten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018